Musik Wenn ich einem Tier in die Augen schaue, dann sehe ich kein Tier. Ich sehe ein Lebewesen, einen Freund mit einer Seele. Musik Schon seit ich ein kleiner Junge war, haben mir Tiere immer sehr viel bedeutet. Ich wuchs in einer sehr tierliebenden Familie auf und noch heute bedeuten Hunde und Katzen sehr viel in unserem Haushalt. Michelle Juistrich erkannte das große Potenzial für hochwertige Tiernahrung in der Schweiz und gründete 2001 die Firma Anifit. Die Begeisterung überzeugter Kunden zeigte sich im stetig wachsenden Umsatz. Heute ist Anifit Marktführer qualitativ hochwertiger natürlicher Hunde- und Katzen-Nahrung im Direktvertrieb in der Schweiz. Der Erfolg gibt uns Recht. Anifit hat sich zu einer äußerst erfolgreichen Firma entwickelt. Von den mindestens zwei Millionen Hunden und Katzen in der Schweiz wird der Großteil mit Fertignahrung versorgt. Schweizerinnen und Schweizer geben jährlich weit über 500 Millionen Franken für Tierfertignahrung aus. Michelle Juistrich war als Tierliebhaber überzeugt vom Trend hin zu möglichst natürlicher Tiernahrung. Daraus wurde das Anifit-Geschäftsmodell geboren. Aus Liebe zu den eigenen Haustieren sowie aus Respekt gegenüber deren Verhaltens- und Ernährungsbedürfnissen ist es die Maxime von Anifit, Tiere mit hochwertiger und erdgerechter Nahrung ohne schädliche Zusätze ausgewogen und natürlich zu ernähren. Aus dieser Idee heraus ist unser Firmenname entstanden. Anifit gleich Animal Fit gleich Natürlich Gut. Das Beste für Hunde und Katzen. Das Anifit-Team besteht aus kompetenten und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, deren Fokus auf das Wohl der Tiere sowie eine kompetente Betreuung der Kunden und Fachberater gerichtet ist. Heute haben wir nicht nur viel höhere Anforderungen an unsere eigene Ernährung, sondern auch an die unserer vierbeinigen Freunde. Anifit geht neue Wege und investiert nicht in teure Werbekampagnen, die den Kunden zum Kauf animieren sollen, sondern in beste Qualität zu einem angemessenen Preis. Das Essen soll nicht nur satt machen, sondern auch appetitlich aussehen, fein schmecken und gesund sein. Die hochwertigen Produkte von Anifit mit über 60% Fleischanteil bestehen ausschließlich aus Fleisch oder Fisch aus kontrollierter, artgerechter Haltung in Lebensmittelqualität und enthalten weder Füllstoffe noch minderwertige Mehle oder Fleischersatzstoffe. Das von uns verarbeitete Fleisch stammt von Herstellern, die auch die Lebensmittelindustrie beliefern. Die eingesetzten Fleischmehle sind sortenrein und stammen nicht aus der Tierkörperverwertung. Anifit steht für 100% offene Deklaration, höchster Fleischanteil, Rohstoffe in Lebensmittelqualität ohne Tierversuche. Ich bin absolut überzeugt von Anifit und für mich und meinen Hund gibt es nichts Besseres. Er ist noch so fit und Tierärzt und Tierklinik Zürich hat gesagt, sie hätten noch nie so einen fitten Hund gesehen mit 15. Ihm fehlt nichts, kein Haarverlust, kein Problem mit Verdauung oder so. Einfach fit von Anifit. Nebst erstklassigen Produkten mit hohem Fleischanteil bieten wir auch die Beratung beim Kunden zu Hause. So können unsere Fachberater optimal auf die Ernährungsbedürfnisse des Tieres eingehen. Der Anifit-Fachberater steht dem Tierhalter bei Fragen rund um die gesunde Ernährung seines Tieres beratend zur Seite und unterstützt ihn darin, ein verantwortungsbewusster Halter zu sein. Mit der Fürsorge um sein Tier und der hochwertigen Anifit-Nahrung, welche unabhängig von Rasse und Alter perfekt auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt ist, tragen wir gemeinsam zur Erhöhung der Lebensqualität unserer pelzigen Freunde bei. Natürlich gut, Tag für Tag, ein Leben lang. Bei einem Testessen respektive Festessen kann sich Ihr Tier überzeugen, wie gut Anifit ihm schmeckt. Anifit Dog Dry Vision für Hunde – eine Vision wird zur Weltneuheit. Die erste echte, gesunde und patentierte Trockennahrung der Welt, die auch wirklich viel Fleisch enthält, nämlich 80% Schweizer Poulet-Fleisch, rein natürlich ohne chemische Zusatzstoffe und ohne Getreide. Somit ist Dog Dry Vision sogar glutenfrei. Seit Unternehmensbeginn verzeichnet Anifit ein stetiges Wachstum. Wir gewinnen nicht nur ständig neue Kunden, der Großteil unserer Kunden sind Stammkunden und bleibt uns treu. Unser Ziel ist es, dass sich in der Schweiz in über 200.000 Haushalten die Ernährungssituation für Vierbeiner verbessert und immer mehr Tiere durch hochwertigste Fertignahrung mit hohem Fleischanteil gesund ernährt werden. Anifit ist ein stabiles und seriöses Schweizer Familienunternehmen und ist Teil der Unternehmensgruppe Juistrich, zu der unter anderem die Firmen Narin und Similasan gehören. Mehrere hundert Fachberater konnten dank Anifit ein Zusatzeinkommen aufbauen. Das Beste für unsere Tiere zu entwickeln ist und bleibt unser Antrieb und unsere Motivation. Solange Menschen denken, dass Tiere nicht fühlen, müssen Tiere fühlen, dass Menschen nicht denken. Das Beste für unsere Tiere zu entwickeln ist.